Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben hier in der Gegend ein wenig alles, wie gesagt, mal geklärt, gereinigt sozusagen. Kindergabe Greentop gehört jetzt zu uns, der Slocke gehört jetzt zu uns, und wir sollten jetzt aber mal langsam schauen, dass wir was essen. Habe ich denn was zum Braten? Ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte aber vorher noch was gebraten gehabt. Yum, yum. Und was haben wir noch? Mal was Rappen haben. Das reicht nicht. Yummy. Meierlöck-Kuchen. Meierlöck-Fleisch, Meierlöck-Kuchen. Ich habe so viel Fleisch, wieso kann ich das nicht braten? Ach, die wollte ich nicht ernten. Ich wollte herstellen. Braten. Knob-Suppen-Gemüse-Suppe und etwas. Sind wir auch gleichzeitig gut genährt. Und gut hydriert. So, jetzt aber. Wir Wo sind denn die? In River Beach Station. Mal eben schauen, wo die sind. Ach so, das ist von ihm. Die sind hier. Bei der Finch Farm. Also auch ganz in der Nähe. Ja, müssen wir das jetzt machen? Oder ich möchte ja gerne zum Bunker da. Und dann nach Sanctuary mal zurück. Nein, wir machen erst den Bunker. Das machen wir danach. So viele Punkte. Äh, ja. So, ein Doppelpunkt jetzt. Können wir auch nicht viel weiterhelfen. Aber in die Richtung, ne? Ja. Gut, gehen wir. Äh, Schutz hatten wir aufgebaut. Ja. Alles klar. Dann kommen wir jetzt. Los. Bei Nacht und Nebel. Ah. Äh. Wieso laufen wir falsch? Dahin müssen wir. Okay, ich sag das doch. Auf die andere Seite. Hier ist ja keiner mehr. Haben wir erledigt. Aggressodron und Mr. Handy. Die gibt's auch nicht mehr. Die Mutanten. Hier haben wir auch ein bisschen Schutz aufgestellt. Irgendwie läuft es heute wieder eierig. Muss ich ja mal sagen. Naja. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Das heißt... Ja, einfach die Straße bei der Kreuzung dann hoch. Wir müssen nicht durchs Wasser. Am Flussende ist eine Kreuzung. Was ist denn laufen? Was? Ach, das ist aber auch grauenvoll. Hm. Ja, im nächsten Part muss ich nochmal gucken, was los ist. Müssen wir in diesem Part jetzt durch. So, das heißt hier hoch. So, das heißt hier hoch. Was ist da oben? Warum sieht das so komisch aus hier? Ja, das ist aber... der Weg. Reifenspuren. 200 Jahre alt. Okay. Ach, ich glaube hier ist ein bisschen Vorsicht geboten. Piper. Ich meine, hier ist ein Gebiet der Todeskrallen. Was zum... Blue, alles okay? Ja. Was warst du hier? Hallo. Bitte. Ich hab solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Äh, wünschte ich könnte. Welche Art von Wasser? Was für ein Wasser brauchst du denn? Gereinigtes Wasser wäre natürlich wunderbar. Aber ich nehme, was auch immer du hast. Wünschte ich könnte. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich hab nichts. Wenn du etwas findest, vergiss mich nicht. Nein, mach ich nicht. Ich habe wirklich kein Wasser im Kanal. Du mit. Bleib hier. Ich weiß, es gibt Gegner hier. So, entspannen Aufklärungsbunker. Passwort erforderlich. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Äh. Level Up haben wir nicht, ne? Ah, Charisma ist voll. Oh, dann ist gut. Äh, bin zum Reden hier. Brandis. Äh, Bruderschaft. Ganz ruhig, Paladin. Ich gehöre zur Bruderschaft. Zur Bruderschaft? Nein, 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 das kann nicht sein. Die, die sind zu weit weg. Die würden dich nicht schicken. Oder doch? Äh, angenommen, äh, angenommen, ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Äh, Notsignale. Ich folge dir den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich herhergeführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Äh, Holomarken übergeben. Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das, das hast du? Danke. Das bedeutet mir viel. Ich, ich wollte zu ihnen zurückkehren. Das musst du wissen. Ich konnte nichts tun. Nicht allein. Aber ich hatte gehofft. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Kremskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Äh, der Bruderschaft wieder anschließen. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Der Bruderschaft wieder anschließen. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin schon zu lang hier. Ich bin nicht mehr ich selbst. Würde man mich noch aufnehmen? Der Bruderschaft wieder anschließen. Die Bruderschaft wird die Erinnerung an dein Team in Ehren halten. Solltest du nicht seine Geschichte erzählen. Wenn ich nicht gehe, geraten ihre Opfer, was wir durchgemacht haben, in Vergessenheit. Das darf nicht geschehen. Ich tue es. Für sie. Gut, ich packe meine Sachen. Danke. Danke für alles. Gut. Paladin hat das gefallen. Sehr schön. Äh. Wiedergabe. Stählende Bruderschaft. Sie kamen zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den zwei verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus dem Commonwealth fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Mhm. Aber ich bin gekommen. Und das Gute ist, wir haben ja auch ein Bett. Aber nix zu trinken. Glühbirnen. Geh schon, geh schon. Nix. Hm. Hm. So. Ich werde mich... Los, verschwinde hier. ...hinlegen. Sechs Stunden und dann ziehen wir weiter nach Sanctuary. Gib mal wieder Zeit, dass wir dort nach dem Rechten schauen. Denn so wie ich gesehen habe, haben wir dort... Äh... ...schon... 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 ...18 Leute und nur 16 Betten. Das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Ja, ja, mach's gut. Gut. So... ...karte... ...karte... ...nach... ...Sinctuary, bitte. Äh... ...schon... 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 Oh, noch mehr Blutblatt. Da hätten wir auch noch mal Blutblatt. Apropos Ghoul, da liegt schon einer. Und stellt sich tot. Jetzt ist er tot. Hier gibt es doch noch eine Siedlung. Irgendwo. Ich glaube, da oben. Farmer. Na, triff doch mal. Du bist doch gar nicht gekommen. Ich sehe dich. Du hast dich da echt wecker geschlagen, Blue. Ja, muss essen wieder. Oh je, überlegt mal. Hundefleisch essen. Entschuldigung. Du hast mir das Leben gerettet. Bitte. Bitte. Für dich. Ja, dankeschön und tschüss. Ja. 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 So, das waren aber nicht alle, denn da oben sind die. Die sind da oben. Wir müssen die einmal kurz umschleichen. Wir müssen von oben angreifen. Und wir können einmal kurz hier... Ach, da ist noch ein. Ja. Cool. Da. Hallo. So, jetzt aber darf ich schlafen, oder? Äh, ich meine nicht schlafen, aber abspeichern. Ja, machen wir das. Dann würde ich aber sagen... Piper, wir gehen in der nächsten Folge weiter. Und versuchen die Herrschaften dort. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.